einen wunderschönen guten morgen und willkommen zu einem lang ersehnten neuen video von mir ja wie ihr seht ich bin gerade im wohnzimmer ich kam gerade nach hause habe die drei großen mädels weggebracht zum kindergarten und die kleine maus die sitzt da ja und was steht heute an ich dachte mir dass ich euch so ein bisschen mitnehme weil ich wollte ja schon so lange ein video machen und ich muss jetzt erst mal wieder reinkommen keine ahnung wie lange ich jetzt schon nicht mehr gedreht habe aber ich gebe mein bestes und versuche jetzt wieder euch auf dem laufenden zu halten es gibt so viel was ich eigentlich erzählen will und würde und alles mögliche aber ich glaube das würde jetzt einfach das video sprengen deswegen fangen wir jetzt erstmal langsam an was steht heute an wir müssen einkaufen also eigentlich so die üblichen sachen heute ist auf jeden fall wieder wäschetag ich habe so viel wäsche dass ich weiß also ich weiß gar nicht ob ich überhaupt heute alles schaffe wann ihr die kleine gesehen wahrscheinlich wurde noch klein war ja die ist mittlerweile über ein jahr alt ein jahr und ein monat glaube ich ja fast ein jahr und zwei monate und laufen kann sie eigentlich schon länger aber die will irgendwie noch nicht frei laufen ja ich denke mal die wird so wie juliet die gedreht konnte ja mit einem jahr und vier monaten laufen und ich denke bei ihr wird es auch ungefähr so sein aber klettern kann ja wie ihr sehen könnt hier das alles muss ich auch noch ein bisschen aufräumen und generell einfach alles wieder auf vordermann bringen wenn ihr mir nicht auf instagram folgt dann wisst ihr ja noch gar nicht die neuigkeit die bei uns schon wahrscheinlich bald wieder rum ist und zwar wieder schwanger ja ansonsten ich weiß gar nicht was ich noch sagen soll ich würde sagen ich hole euch jetzt einfach mal mit dann machen wir die wäsche unsere neuesten wäsche körper sehen die aus und die sind voll cool weil die kann man hier einfach rausholen ok mit einer hand geht es jetzt schlecht genau so holt man die einfach raus und da drin ist so klettverschluss jetzt muss ich das ding wieder runterkriegen in den keller ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 was würde man nicht alles für diesen moment geben wenn du immer dieses video siehst dann wirst du sehen wie süß du bist so süß und du siehst genauso aus wie die juliet wo die klein war ja echt was willst du sagen und was erzählen was machst du bist du kitzelig bist du kitzelig und was haben wir jetzt wochenende hoch die hände wochenende wir gehen nicht mehr im kindergarten ihr habt jetzt ein paar tagen frei wir fahren jetzt los wir fahren zu ikea oh cool was heißt ikea das ist ein einrichtungshaus da kann man möbel kaufen da kann man möbel kaufen möbel mhm schränke tische stühle alles küchen hallo bella schon weihnachtssachen und 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 Untertitelung des ZDF, 2020